Willkommen auf meinem Kanal, Tim A.K.Zero hier und wir spielen eine weitere Runde The Walking Dead Staffel 1 Episode 2. Wir sind, soweit ich weiß, auf dieser dubiosen Farm angekommen. Und wir müssen mal schauen, wo wir hier weitermachen. Denn ich kann mich nicht genau erinnern. Ich glaube, wir sind gerade angekommen. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Ja, wir sind gerade angekommen. Mein Pizzer rät noch ein bisschen nach. Hier ist es, St. John, Familie Derry. Ihr könnt euch sehen, wie wir diesen Ort so sicher gehalten haben. Der Fenster hält sie aus? Du glaubst, sie frieren wie Bugs und ein Zapper. Wir schreien 4.000 Volt durch das Ding mit Generatoren und Amps. Ich glaube, dass das viel ist. Wir haben Kinder in unserer Gruppe. Es scheint nicht sicher, dass sie nahe eine Lethal-France zu haben. Oh, keine Angst. Wir haben vieles, um sie zu halten. Das Ort sieht nicht enttäusch. Du wirst niemals wissen, ob der Rest des Welt ist in Ruins. Es ist wert, dass sie sich in Schutz zu retten. Hence all die juice. Ich dachte, dass ich euch mit der Firma kommen, die St. John kommen. von Macon. Sie sind gut da. Sie haben ein paar mehr Freunde zu bleiben im alten Motel. Oh mein Gott, das Ort ist ziemlich vulnerable. Hast du jemanden mit Erfahrung zu leben, um deine Gruppe zu führen? Wir arbeiten zusammen. Außerdem haben wir viele Leute mit Erfahrung mit Militär. Das ist gut zu hören. Das Motel ist nicht der safest Ort. Jetzt, dass ihr alle hier seid, wir werden sicher, dass ihr sicher und sicher seid. Das Offer betrifft zu den resten uns? Wir sind alle unglaublich süß. Diese sind für euch. Sie sind frisch dieses Morgen. Fantastisch! Wir können nicht mehr so machen. Nicht ohne eine Kau für Milch und Butter, das ist sicher. Das stimmt. Hopefully, Maybelle wird es durch dieses Bout von allem, was sie hat, und wir sind mit uns für eine gute lange Zeit. Ihr Kau ist sick? Wir haben eine Vette. Wir können sie hierher bringen. Wir können die Leute helfen. Eine Vette? Oh mein! Unsere Wurzeln sind geantwortet. Vielleicht unsere ganze Gruppe könnte kommen. Für den Tag. Also, wie geht's das? Y'all go get your veterinärer Freund, und ich preparei ein Essen. Ein großes Feast für alle diese Hügel. Es wäre schön, zu haben die Leute zu helfen, hier wieder zu helfen. Danny, warum nicht du mich helfen in der Küche? Und wie ich in den anderen Szenen schon gesagt habe, ich vertraue diesen Leuten nicht. Mark, Lee. Ja? Ja? Wenn man sich in der Küche befestigt hat, dann könnte ich ein paar Hilfe für die Perimeter nutzen. Ist es ein Problem? Einfaches, die Möge sind in der Küche bevor sie schlafen, und enden zu schlafen über eine Post. Es wäre eine große Hilfe, wenn du die Perimeter schlafen kannst. Du kannst ein bisschen lernen, über unsere Küche. Ich werde die Geräte abschlafen, bevor sie zu schlafen werden. Komm, wenn du bereit bist. Du versuchst. Dieses Ort ist unglaublich. Es hat Essen. Und diese Fenze? Oh Mann, diese Fenze. Wenn wir unsere Karten richtig spielen, dann könnte es sein, wo wir bleiben können. Also, wie willst du das? Bevor wir denken, zu bringen unsere ganze Gruppe hier zu bleiben, müssen wir herausfinden, ob dieses Ort ist sicher, wie sie uns sagen. Genau. Obwohl sie denken, es ist sicher. Aber ist es sicher genug für die Kinder? Ich habe da gesehen, einen geschlossenen Schlauch. Das ist kein Problem, aber vielleicht gibt es andere Dinge, die nicht funktionieren, die wir noch nicht sehen können. Und die Fenze-Parameter? Das klingt wie ein guter Weg, um einen guten Blick auf ihre Fenze zu bekommen. Okay. Ich werde meine Augen öffnen und du findest, was du von Andy kannst. was hast du gefunden? Das sieht aus wie ein guter Ort, um zu bleiben. Jetzt schau dich um. Okay. Schau mich an. Ich werde auf jeden Fall mir jedes bisschen ansehen und Informationen sammeln. Ich meine, so ein Spiel wird nicht ohne Grund sagen, hey, schau dich mal um. Hier irgendwie... Ja, funktioniert nicht so ganz. Da muss was falsch sein. Ich glaube, Clementine und Duck hätte gerne etwas wie dieses zu spielen. Die Kinder lieben diesen alten sogar mehr als die Tour, manchmal. Ich glaube. Ich glaube. Es war die letzte Zeit, es wurde eine Menge zu benutzen? Es ist ziemlich lange. Ich habe noch nicht viele Kinder mehr zu besuchen. Ich freue mich auf den Tag, wenn Kinder einfach nur wieder sein. Amen. Das ist das. Es sieht aus, es braucht nur eine neue Bord für das Meer. Und etwas Römer. Mache es für Clem und Duck und lasse den St. Johns wissen, dass wir hier unsere Wachstum ziehen können. und gerannt werden. Also, das... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sicher ist. Es sieht aus, dass die Bord rund um die gesamte Wohnung geht. Nicht nur das Haus. Hm. Ja, ich kann keine Chance nehmen, wenn es zur Sicherheit kommt. Und jetzt mit dem reden, oder was? Schauen wir hier nochmal. Ähm. Ui. Ja. Richtig. Wo bringt uns das nicht wirklich viel? Hi. Hi. Well, I'm glad you guys decided to help us out. I noticed back in the Motel that you folks are pretty well armed. You've been stockpiling, huh? Yeah. If anyone tries to fuck with us, they'll regret it. Well, protecting your people is important, but, in my experience, having that many guns around is when people get dangerous. Mark and I can help you with that perimeter now. Oh, good. The fence will stop a walker in about three or four seconds, but it's overloaded if we leave the husks out there. You know, Mark and I can clear the fence ourselves if you want to stay here and finish up with the generators. Well, that'd be great. I'll turn off the northwest section and, uh, if you guys could strip them off and look for any weak points, well, that'd be a big help. Sounds easy enough? Stay attentive. You'll never know. So how's the place looking? Is it safe enough for us to stay? If we can? It's pretty amazing what they've done with this dairy, but let's see what it takes to secure this fence before drawing any conclusions. I can't wait until everyone's out here. Everyone besides Larry. What's up with you telling him what I said about him thinking I'm dangerous? Look, you said it. You even admitted it right to him. We'll work it out somehow. Well, hopefully he'll calm down once he's out here. Mmm, lecker. Feilstedt drin. Ugh. Lee, it's dead. Come on, let's push it off. Andy said, when this fence is working, the walkers go up like a tree branch on a power line. If those lights are out, that means the fence is off, right? It better be. Maybe the St. John boys are using this guy for target practice? Ah, poor guy. I don't know what got him first, the arrow or the fence. Either way, I hope he was already dead. Disgusting. Come on, I'm sure there's still a few more. Once this fence is patched up, this place will be a fortress. God, can you imagine not having to worry about the walkers anymore? Eh, well, it's useless without gas. we might need food, but the St. John's need gas too. Not many drivers these days, Lee. We could scrounge up a year's worth of gas. Easy. So what's your take on the brothers? They seem to have this place tied down pretty well. What do you mean by that? I don't know. They seem decent enough. I just want you to know that I've got your back if anything goes down. That's all. Thanks. There's another one. I see. And that's what I meant to say, when the post... ... 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 wie das aussieht ach kaum schauen ach dann hacken wir es ab, ist doch kein Problem keine Ahnung keine Ahnung mein Freund dieser muss es überrascht haben, versucht es nachzudenken er hat da ziemlich gut naja, hilf mir diese Sache zurück damit wir den Krispi auszudrücken ich denke wir werden besser aus der anderen Seite gute Idee ein bisschen Hilfe hier, Lee? wenn du diesen Mann wirst, dann wird das nicht passieren komm ah cool holy shit wo sind sie könntest du mal schieben bitte ach so ich muss das äh ich hab keine Ahnung was ich muss ah ok ich hab's gefunden so jetzt kann ich schieben ja die Familie scheint doch nicht so viel Essen zu haben wie gedacht ach was denn das Ding noch abmachen oder wenn du das Ding noch abmachen komm 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 ja super dass wir es offen lassen we got trapped between them and the fence holy shit are you okay i heard mark yelling thought y'all were giving me the all clear man i am real sorry oh my lord what happened to you sweetheart it was those bastards in the woods mama yeah i'll be alright once it's out god damn it hurts hey y'all mark oh my god what happened he got shot with an arrow christ are you gonna be okay yeah i'm fine i should just pull it out oh no honey come on brenda's got you come on inside now we'll have y'all sorted out where you must be the big kind of shit is this we ran into some people on the way up here bandits i guess i think it was them that attacked us they gave us a lot of problems in the beginning killed a bunch of our farmhand we were able to get them to stop by making a deal you do about these people food for protection not like we had much of a choice but they did stop hassling us christ maybe you were right about this place we it was just a fluke thing you can't stop assuming there aren't bad people out there what the hell do you mean a fluke it could have happened anywhere could have happened to us in the motor end listen we may have had an agreement with those people but we will not stand for this shit no way we're gonna let those sons of bitches get away with this you know where these assholes are they're hard to pin down but i think i know where at least one of their camps are when you're ready to go scope out that bandit camp come find us bandits are you serious this place isn't safe we can't stay here not safe this place is a hell of a lot safer than that motor end i think all of us and our guns can handle a couple of punks with bows and arrows what we need to do is find a way to get our whole group out here to stay take this place over if we have to whoa cool your jets there rambo these are nice people let's not do anything to get us thrown out before we eat i'm gonna head out and help dan deal with these bandits you guys should try to make friends with andy and brenda while i'm gone well that's easy i got charm coming out of my ass yeah that's real charming dad where's ben and carly since carly and ben ate some of the food on the way to get us she volunteered to stay behind and watch the motor in until we get back hey i remember seeing kids in your group so i went ahead and fixed that swing while you were out i hope your kids like swings a swing i love swings just like at my treehouse come on doc why don't you kids go and play on the swing huh yeah thanks anytime we're looking out for you ich werde auch keinen von beidem weder den verdienten noch den ich werde auch keinen von beidem weder den verdienten noch den es ist aber auch nur ein generator wie ich das sehe kann ja auch nicht ewig halten ich glaube die machen sich da viel zu große versprechen wollen ich glaube die machen sich da viel zu große versprechen wollen wenn ein paar tools aus der öffnung ist, dass wir hier gut sind es wäre schön, dass diese auf dem Motorrad zu haben ich weiß gar nicht was unsere Aufgabe jetzt sein sollte sollen wir dem jetzt helfen oder was ich kann auf jeden Fall jetzt zur Scheune oder was auch immer das sein soll oder ins Haus gehen ich denke mal ich gehe mal kurz muss ich da zwischen gehen nee, geht nicht was sagt unser guter Freund Kenny oder sagen wir erst reden erst mit Clementine hey Clem do you like the swing yeah it's fun be sure to tell Andy thank you okay I will will you push me on it sure happy to push you on the swing mind if Clementine takes a turn all right duck let Clementine have a try for a bit okay how you holding up Clementine I'm okay I guess are you okay yeah I'm just a little worried about Mark is Mark going to be okay is Mark going to be okay you're lucky out there would have been a lot worse are you going to find the people who hurt Mark we have to make sure they don't hurt anyone else be careful I want you to stay lucky too ever since I met you I've had good luck so don't worry okay what do you think of the dairy it's pretty it reminds me of how things used to look before yeah it does do you think things will ever get back to how they were yeah I'm not sure when one day things have got to get back to north that's good I hope it's soon yeah me too don't worry we're safe here now as long as the bad people don't give me too right I won't let what happened to Mark happen to you promise I promise I promise alright Clem that's enough for now okay thanks for pushing me of course it's all yours yeah okay Doug don't pop a gasket well then we have a little bit with Clem again I can't with him I can't with him ah we have to run okay hey Hayley found anything interesting I'm just trying to make sure this place is secure in case we decide to make this a more long-term solution except for those people in the woods seems pretty safe good to know keep your ears open for anything else that might help us how you holding up I hope they feed us Lee soon on the way over here I was getting dizzy hands shaking cold sweats thought I was gonna pass out they've got food here yeah but I'm not just talking about one meal you know I guess Lily isn't too thrilled about being here I could give two shits about what Lily wants Duck and Katja need food and I'm not about to sit around that motor in and watch him go hungry you're with me on this right? yeah of course Lily's judgment is clowning but you've got a pretty clear head about these things did Duck and Katja get here okay? no it wasn't easy Duck didn't look so good on the walk over to this place well if everything works out maybe he and Katja can have an easier life here I hope you're right Duck and Clementine deserve a better life than starving to death at some crappy motel I'm gonna go have a look around don't wait too long to help scope out that bandit camp it'd be a good opportunity to find out a bit more about the St. Johns and their relationship with those bandits or whatever right I'll see what I can find out Looks like a feeding station for the Kuh Ah, a Futterstation for the Kuh Die soll ja krank sein Und wer ist hier überhaupt der Arzt in diesem Team? Having a Krupp like that on hand must be great We're gonna need to learn how to maintain it if we end up staying here Ah, soll ich mich wirklich mit ihm? Er will nicht? Lee, oh my god, I'm so glad you two didn't get killed out there Do you think Mark will be okay? Wish I knew, but I think he's in good hands now Yeah? It's not too bad? They'll be fine! I've seen guys go through worse How could you all bring us to this place? Sie und Kenny haben Frieden nicht gewaltt? Haben Frieden nicht gewaltt? Ich sag nur Ich denke, dass du und Kenny nicht genau auf der Weg sind auf der Weg hier Ich versuchte, zu sehen Dinge aus seiner Sicht Aus seiner Frau und Kind und alles Aber in der Familie mit deinem Familie ist ziemlich dumm, wenn du mich fragen Lee, ich weiß, dass du und Kenny sind Freunde Aber du kennst, dass er nicht die richtige Person Ich versuchte diese Gruppe, nicht wahr? Kenny glaubt, dass es noch Hoffnung ist Vielleicht ist das, was wir jetzt brauchen Na ja, Hoffnung ist nicht gut, wenn wir alle sterben Ich versuchte, dass wir uns lebten Ich versuchte, dass wir uns lebten Und nicht meinem Vater Essen geben Das war kalt Ja, leb damit Er hat uns versucht umzubringen, tut mir leid Dann gibt's auch nichts zu essen Ich sag mal, die Kinder haben zu essen gekriegt und das ist okay Die brauchen die am meisten Wo komm ich jetzt rein hier? Nirgendwo Ah, man kann hinten rum Was ist das? Noch mehr Heu Noch mehr Heu Geben wir mal zur Kuh Mal schauen, was da so zu holen ist Wir sind hier in Schiffen Wir sollten uns sagen, wie gefährlich es war Keine Ahnung Wir sehen, was sie mit deinem Freund gemacht haben Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung, bis wir wieder Aber wie? Die zwei von uns gehen und machen ein paar Recon Dann werden wir alle zusammen für ein paar Revenge Hell, ja Wer sind diese Leute in den Wald? Wir wissen nicht Ich glaube, dass einige von ihnen gearbeitet hat in der Big Box auf der Weg Sie haben Ja 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 Das ist das Ich werde bald wieder zurück, Clementine. Bitte, sei Glück. Ich werde. Siehst du nichts? Nicht noch. Ich weiß, was hier ist. Es ist hier. Es muss sich nahe sein. Hier. Oh Gott, hast du es gefunden? Ich kann nichts machen, das ist immer noch Sequenz. Warum sollte jemand so offen in den Wäldern da campieren? Okay, ich kann auf vorne drücken. Du siehst jemanden? Bleib auf deiner Garten. Schau auf, Lee. Ich werde die 10. Es sieht noch mehr nach einem Ein-Personen-Camp aus. Oder maximal zwei, drei. Weil nicht so viele wie uns angegriffen haben. Auf keinen Fall. Und es ist niemand hier. klar. Das Camp ist zu klein. Es kann nicht sein Hauptbasis sein. Das ist, was ich dachte. Genau, das habe ich auch gedacht. Ist das alles leer? Okay. Das heißt, es muss noch jemand da sein. Oh, Essen ist leer. Hm. Looks like they were moving a lot of stuff. What's in the boxes? They're all from save lots. The first few days they told folks to gather to the save lots by the interstate. Anything worth taking? Not unless you need a bunch of empty cans. Heh. I'll pass. What is this? What is this? What is this? Boxes from the dairy here. Probably food we've been given them. Fuckers cross the line. Hm. Sehr verdächtig, mein bester. Sehr verdächtig. Ich habe schon einen Grund gehabt, warum ich denen nicht vertraue. Kann ich da nicht irgendwie dran klicken? Nein. Empty. Das sieht nochmal interessant aus. Was findest du? Eine Videokamera. Let me see that. Batterie is dead though. Oh. Oh. Good. What else they got over here? Let's see if we can find anything useful and then get a move on. There is that. Okay. I see you handled that gun. I lent you pretty well. You a hunter? No, but Lily keeps us all on a regular training schedule. Lily, huh? Sounds like she's running this democracy of yours. Just water. Nur Wasser. Ich gehe mal davon aus dem Zelt wird noch was sein. Oder aus dem Stuhl. Muss ja. Looks like they expected to be here while. Kommen wir mal rein. Ah, unser Kollege ist weg. Nee, das ist definitiv ein anderes Camp. Muss. Muss so sein. The hell? Don't you fucking move. Shit! Put your guns down. I ain't going back. You tell him, Jolene ain't going back. Hey, we had a deal. No shooting as long as we gave you food. What the fuck happened? You had a deal with them. I ain't them. Oh, I know you. I know what you are. And I know what you do. You don't know me. You steal my shit. Steal everything from me. We had a deal. You people broke it first. Why are you alone up here? What happened to you? Well, that's a hell of a question, mister. They told me I'd be safe with them. The men who lived here. But it weren't safe. Not for me. Not for my girls. They didn't treat her nice. Not at all. They took her away. Into the woods. Wouldn't tell me where. And I begged them. Every way I could think. They just laughed. So I killed them. And I'm staying here till she comes back to me. One way or another. She'll come back. Now maybe you didn't hear me last time. When I asked you, sweet. Put your damn guns down! You think I won't kill you? I'm gonna take this here crossbow and put a nice sharp arrow right through your eyeball. And into your goddamn brain. You're not men. You're monsters. All men are monsters. Take what they want and then destroy it all. Take a can of beans. Take a little girl. It's all the fucking same to you. Where did you get this hat? The little girl. You stole it from her. So what if I did? You stole her from me. What the hell are you talking about? You know what? I changed my mind. I'm putting this arrow right through your balls. Yeah. Right through. String them up on that tree. Then I'mma head down to that farm and shoot every goddamn person I see. Go on. Tell him, boy. Tell him what you got in mind. God damn it. You straight up murdered that woman. Hardly. She had a crossbow pointed at my forehead. Shit. Also ich hätte sie nicht erschossen. Ich wollte noch gerne wissen was los ist. Clean shot though. Right through the forehead. That's good shooting right there. Still. What a waste. So. That's it. We going back? If they ain't here I don't know where they are. And it ain't a good idea to go tromping through the woods looking for them. So yeah. We head back. Once they see this. They'll get the message. Hm. Den Bogen könnte man wenigstens mitnehmen wenn sie eh schon tot ist. Ja. Come on. Ich boge eine Armbrust. Also wie gesagt ich hätte sie nicht erschossen. Wollte ich auch gar nicht. Aber ich schätze mal da gab es keinen Weg dran vorbei dass sie stirbt. Also ich denke mal ich würde es moralisch so gut es geht. Ja. So gut es vertretbar ist. Moralisch handeln. Man that was a hell of a ride huh? Jesus Denny. What? You ain't getting soft on them are ya? Not after what they did to your friend. You're back. What happened? Handled it mama. This isn't what Terry would have wanted. Terry? My husband. Miss him every day. Then screw it up for everybody then why don't you? Oh calm down princess. I'll do it myself. What's going on with them? Dunno. Squabbling looks like. Lot of tension with y'all huh? Yeah you could say that. You don't exactly see eye to eye on how we should be doing things. Well it's probably just the hunger talking. And Lee? Don't worry your head about them bandits. I'm sorry you've seen more violence than I'd have thought in your short time. But you all are safe here. Don't worry. They gotta go have a look around. Don't wander too far. Dinner will be ready before you know it. And thank your friend Katja again for me. She and the kids are in the barn with the cow. That woman is a life saver. Stimmt Katja war ja die Tierärztin. Und ich denke an dieser Stelle mache ich mal eine Pause und sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal. It could surprise me.